Servus alle zusammen. Ich bin wieder ein wenig in unserer wunderschönen Heimat unterwegs und habe gedacht, ich nehme euch einfach einmal mit. Heute sind wir auf dem Dochtbuden vom Michbärcher Fachwerk Heisler, um uns hier etwas ganz Besonderes anzuschauen, was wir vor einigen Jahren entdeckt haben. Und zwar einen Himmelsbrief. Wenn ihr euch das Dokument genauer anguckt, dann fallen euch im ersten Moment sofort die unzähligen geheimnisvollen Symbole auf, die es bedeckt. Tatsächlich können wir deren Bedeutung bis heute nicht absolut sicher nachweisen, obwohl wir mittlerweile herausfinden konnten, dass einige davon wahrscheinlich aus der Alchemie stammen und andere aus verschiedenen Geheimschriften der großen europäischen Gelehrten der Frühneuzeit entnommen worden sind. Was sie in ihrer Zusammenstellung aussagen sollen, wird allerdings auf ewig ein Mysterium bleiben. Und deswegen fragt man sich, was genau dieser Brief überhaupt aussagen soll. Warum liegt er hier oben am Dachboden vom Fachwerk Heisler? Der Bauherr dieses Gebäudes war der Schmied Hans Kunrath Seidlack. Und vermutlich war es auch er, der um das Jahr 1700 diesen Brief in Auftrag gegeben hat. Es gab damals verschiedene Menschen, denen man nachsagte, sich besser mit Magie und Zauberei auszukennen als andere. Die berühmteste Person ist der Weisdorfer Feilenhauer, den man eben nachsagte, dass er Dämonen bannen und die guten Geister bespüren konnte. Menschen gingen nun zu diesen Personen hin, um sich solche Briefe ausstellen zu lassen. Warum? Weil sie ihnen Sicherheit suggerierten, wo es eigentlich keine Sicherheit geben konnte. Das 18. Jahrhundert war eine Epoche der Krisen und Katastrophen. Es gab Dürren, es gab Brände, es gab Kriege. Und deswegen gierten die Menschen geradezu danach, sich auf irgendeine Art und Weise absichern zu können. Und genau dazu waren solche Himmelsbriefe da. Man kaufte sie von den großen Gelehrten der damaligen Zeit, wie beispielsweise dem Weisdorfer Feilenhauer oder auch Vertretern des fahrenden Volkes, denen man ebenfalls nachsagte, mehr zu wissen als andere, brachte sie nach Hause und hat sie irgendwo im Haus versteckt. Allein der Glaube daran, dass die Briefe gegen Katastrophen helfen würden, hat dazu beigetragen, dass die Menschen sich ein Stück weit sicherer fühlen konnten. Und dabei ging es überhaupt nicht darum, dass sie selbst verstanden, was auf diesen Dokumenten stand, sondern dass sie schlichtweg eben daran glaubten, dass diese großen Geheimnisse, diese Mythen, die die Briefe barken, sie und ihre Freunde und Familienmitglieder entsprechend vor den großen Gefahren des Alltags beschützen konnten. Ob der Brief tatsächlich hilft, das kann man natürlich nicht wissenschaftlich belegen. Das ist alles eine reine Glaubensfrage. Aber wenn der mich fragt, dann muss ich offen zugeben, dass der Brief des Heisler seit immerhin 300 Jahren beschützt. Und ich bin guter Dinge, dass er das auch weiterhin tun wird. Deswegen werden wir ihn, sobald des Heisler saniert ist, auch wieder hierher bringen, um damit eben den Zauber, die Magie des Briefes auch in den nächsten Jahrhunderten sicherstellen zu können. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt des Volks- und Aberglaubens hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Sag bis zum nächsten Mal ade und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Servus der Wall!